Auf deiner oder auf deiner? Da bin ich König, die weite Welt, die lockt mich wenig. Da bin ich König, da bin ich da so gerne. Hey, du kennst das ja. Ich hab mal früher auch Schlager gemacht. Das ist dieselbe Generation. Ja? Das hat auch viel mit Schlager zu tun. Ich hab da hier einen Haufen von Pressemitteilungen aus dem Pressespiel hier, eine Kritik über die Jettikers. Wo ist das erschienen hier? Das Spektakel. In einer Kritik. Intro. Intro. Was ist Intro? Das ist eine tolle Zeitung. Ja? Und zwar, jetzt wird es nämlich ganz interessant. Der Mann, der diese Kritik geschrieben hat und euch sechs Sterne für euer Album gegeben hat. Von möglichen sechs. Von möglichen sechs. Ja. Heißt Waldemar Hartmann. Kennst du den? Ja, der ist der Sportreporter von der ARD. Den kennen wir alle noch von der WM. Vielleicht haben wir da noch mal kurz den Ausschnitt, wo Waldi schöne Grüße ans WIFA-Publikum bestellt. Mal kurz reinschauen, ja? Das ist wirklich, oder was? Ich bin Waldi und ihr seht WIFA, okay? Ja, das war Waldemar Hartmann. Ich muss mal eins sagen. Das ist hier, das ist ein Fake. Man sieht das ja gar nicht. Wir haben die Einspielung gar nicht gesehen. Das sieht man auszuschauen. Ja, du musst dir ein bisschen die Augen aufmachen. Das sieht man den Zuschauern. Wir haben auch nicht abends, aber das verraten wir nicht. Wieso haben wir nicht abends? Wir haben nicht abends. Ach du, apropos, du hast doch Geburtstag, oder? Nein, da hat er nicht. Ja, aber wenn diese Sendung aufgezeichnet wird, dann habe ich schon keinen Geburtstag mehr. Ach so. Dann ist ja schon. Die ist ja dabei. Also wenn wir jetzt Samstag spielen, sollen wir sagen, wir spielen Samstag oder sollen wir sagen, wir haben letzten Samstag gespielt? Wieder jetzt Samstag? Ja. Ja, dann habt ihr, äh, vor einem halben Jahr haben die Yeti Girls samtags mal gespielt. Ah, ah, magst du nicht Süßigkeiten? Nee, mag ich nicht. So. Wovor reden wir noch? Weiß ich nicht. Ihr wollt ja, ihr wollt ja noch was erzählen, oder? Geht ihr dann auf Tour? Das ist ja euer Debütalbum. Wir gehen auf Tour vom 27. Oktober bis Mitte Dezember. Letztes Jahr. Also unter anderem Monate. Letztes Jahr sind die... Wir spielen die ganze BRD rauf und runter. Ok, und was sie da spielen, das hören wir gleich, nachdem wir das nächste Video gesehen haben. Oh, das haben wir ja schon gesehen. Wollen wir nicht mal mal eins gucken dann? Das ist fair. Nein? Das ist neue? Ja. Das kenne ich noch nicht. Kennst du noch nicht? Ich mache nur noch Volksmusik. Aber wir sehen das doch wieder gar nicht. Doch, doch. Da musst du dir in einem halben Jahr die Sendung angucken. So. Jetzt. Geht ihr diese Hupe? Dann kennt ihr auch Stefan Raab. Hier ist Buttermaker und ihr seht jetzt Stefan Raab. So. Da sind wir wieder. Mit den Yeti Girls. Hallo. Das ist diese Maschine, in der Gerhard Raab schon wunderbar Schlage gesungen hat. Die Maschine, die jedem noch so schlechten Sänger ein gutes Librate verpasst. Deswegen du uns da nicht reinlässt. Das hast du sehr schön gemacht übrigens. Das nächste Mal ist Dolly Buster bei uns zu Gast in dieser Maschine. Die aktuelle CD der Yeti Girls, wie heißt die, Squeeze, ist jetzt erhältlich. Und einen Titel davon hören wir jetzt noch, ja? Ja. Und dies ist der Pankrock-Schnaps, den es in 15 Kneipen in Köln, in 16 Kneipen in Nüsseldorf und in 4 Kneipen in Berlin gibt. Und in Bremen. In Bremen gibt es den auch und in Neuruppin. Ja. Also alle Neuruppiner schön ins, wie heißt es, gehen. Jetzt fang doch mal an. Achso, wir sind dran. Ja. Was spielen wir denn? Tequila. Mach ich mit. Du sitzt auf meinem Stuhl. Weil hier keiner weiß, was Kauppang ist. Jetzt ist Pferd frei. Schau mal hier drauf. Ja, okay. Auch eine lustige Sache. Du musst singen, her name was Sheila, she drank tequila. Mach jetzt das Lied. Beispiel Kauppang. Okay. Ich mach jetzt mit, ja? Ja, das ist gut. Musik 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 Das sind die Yeti Girls, sozusagen zusammengenau ein bisschen stil. Die gehen allerdings nach Hause. Yeti Girls mit ihrer neuen Scheibe. In the little container and drink and drink. Her name was Sheila. She drank Pequila. Everyday, everyday.